Wer sich von euch gefragt hat, woher das Wort vor die Flinte kommen herkommt, dem sei dieses Objekt hier in unserer Ausstellung gezeigt. Das ist ein Teil eines Steinschlossgewehres und dort ist ein kleiner Feuerstein verbaut. Und dieser Feuerstein, der heißt bei uns Norddeutschen ja auch Flint und dieser Flint löst einen Funken aus und dieser Funken, der löst dann ein kleines Feuer in der Pulverpfanne aus, was dann zu einem Abschuss führt. Untertitelung des ZDF, 2020